3, 2, 1, 5 Der schießt einfach zurück mit der Regeln Also irgendwie ruckeln hier manche richtig hart Da sollte ich hier mal ein paar Fracks machen Nummer 1 Der Rocket Launcher ist, wie ich so merke, eigentlich so mit meiner Lieblingswaffe momentan Also einfach, weil die schon ziemlich mächtig ist Das schon einer wäre hinter mir Did you see that? What? Da killt er mich einfach Lead lost Enemy has quad Das heißt, wir müssen uns Core Damage zurückholen Ey was, ich treffe nicht Ich treffe, was? Nie im Leben Die Rakete Musste so viel Schaden machen mit dem Core Damage Naja, immerhin führe ich noch Ich weiß zwar selbst nicht wie Ich hatte so viel Gesundheit noch Hab mich gerade geheilt Sehr seltsam Der Typ ruckelt sich ein Ast, ey Bisschen nervig Ja, nur noch vier Raketen Nein Nein Fuck Ja, das ist blöd Fuck Also Irgendwie Irgendwie treffe ich nicht so gut Das war schon mal besser Vor allem Diese ruckelnden Spackos hier Komm, ich hole mir wieder Ähm, Raketenwerfer Nein So doch nicht Also nach fünf Minuten Erst vier Zifrags Ist aber echt nicht gut, ey Also hätte man jetzt auch schon Wesentlich mehr haben können So, jetzt noch Tschüss So, jetzt noch wie kann sie denn sekunden genau auf diesem verkackten dort der mitstehen also alle sind hier irgendwie richtig schlecht also nicht eingeschlossen ja 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 3 ja den habe ich nicht auf dem schirm gehabt hinter mir irgendwie also echt ich finde richtig krass gefallen an energie also weil er halt so schnell ist so kommt mir vor die zeitlied los da geht mir ja da auf den sack also rücken wir richtig auf die pelle hier mit dem sind frex ich wollte sagen wie viel willst du denn noch schlucken ja das war echt nicht so gut von dem wie kann ich mich selber echt nicht so schön geworden hier so mal gucken was ja ja eine minute es ist aber eine relativ coole runde weil also alle sind so ziemlich schlecht so ein lacker alter seiner spezialfähigkeit ne wie alter wie schnell er mir hinterher kam ich dachte eigentlich dass ich einfach mal ihm entkommen kann die rocket launch alter zehn sekunden und ich sehe keine gegner auf die letzte sekunde genau alter also mit dem geht das richtig krass ab also den mag ich der ist so richtig schnell und das ist richtig fett macht richtig laune mit energie ich hoffe euch auch ja 29 es wäre so viel mehr möglich gewesen ich habe mich echt so mindestens die ersten 8 minuten richtig kacke angestellt aber gut ich hoffe trotzdem dass das video euch gefallen hat vielen dank fürs zuschauen däumchen nach oben haut rein bis denn bis denn Vielen Dank.